ja willkommen mein name ist an ihrer b und spielgrüß euch zurück zuletzt place da aus battle von 2 und zweiter ebook jagd spielen da macht bock weil sie nicht jetzt war da mal schon ein bisschen damit gespielt haben wir sind damit spielen dann noch vier tage die kuckuck kiste kommen und du hörst lauf mit den niederarbeiter schlacht von endo geschwächt nach einem der nacht werden die imperialen überlebenden erfahren dass die ebook als er ebook albtraum gerade erst begonnen hat das ist jetzt direkt nach der schlacht von endo alles klar dann noch ein bisschen das ein anderer müsste noch mal ganz so viele wir haben server mein mister wir haben ein zahnt sehr cool fähigkeiten anzeigen taschen amte ich möchte die restlichen 16 kels heute noch kommen dürfte auch kein problem sein der jüngste ob ich jetzt wissen wo war so dinger ja bekommen so neue waffen sagt man vielleicht irgendwie darauf achten die auch so schnell wie möglich zu finden erschießen aber hier sind irgendwie wenn ich immer getroffen bis deutsch da bin ich ja da wird also wir sind dafür die boxe sind viel zu stark okay so ich habe auch mal eine geile ebook runde haben ein paar sturmtoppel jetzt zu fixen mit seiner aber unter uns der will wahrscheinlich werden ja und sonst ich krieg keine punkte als ewok irgendwelche sind noch draußen wir sind ja eigentlich nur so lange die leute töten bis wir genug haben dann können wir in die ich wollte eigentlich nicht doch ich wollte hier rein dann können wir eigentlich die alle umbringen nieder reingehen dann können wir lieber rennen da sind ja viele macht ihr da unten es hat klappen können warum eine jette beider betroffen und schreiben mit einem schütz job job glaube wie blubblub wir sind alle anders ausmacht gerade ich kann nicht nicht hören unsere wahrscheinlich alle da drin was dann muss wenn man ein bau fliege spüren zu weit nein oder auch nicht die werfen fliegen auf uns schaden schaden schneller schaden da sind baum pass auf ich will die eigentlich nur mit diesem sprung angriff hier töten da ist irgendwie irgendwie anders will ich die gar nicht töten kann man mit diesen dingen interagieren die man gesehen nicht darauf springen aber ein bisschen terror verbreiten man kann schon nicht auch keiner mitgetroffen ist da oben in deinem sich perfekt kommt noch mal die restlichen sind wahrscheinlich alle in die höhe in der war gerade alle verfolgen die es hat weil er war gut und meine kriegen war den schaffe ich mir den schaffe ich mir verdammt ist der letzte auch mal aber nicht so produktiv in sachen kills will diese 25 jetzt heute noch kriegen wahrscheinlich drei parts machen hat mir nichts ausmacht weil er muss machen weil ich schon mal gesagt habe tschuldigung was ich weiß man in der kuckuckiste drin ist werde ich am ende des tages auch herausfinden tschuldigung eine minute habe ich überlebt und ich will mal als buch starten okay wir haben beide fälle also man doktor auf unserer seite zur pur bär und die voten dafür dass man das ding starten will ich glaube nicht mehr sturm betrug irgendwann die sprache zu ändern von dem spiel englisch vielleicht auch gar nicht leckert auf französisch müß hier da weder nur ein tag zeit mon ami weil wir so weit von was ist der spiel weil sie los machte hier wochen athi oder irgend so weit hier glaube ich ja hier sind bäume da will ich nicht hin aber hier warte sind die überreste okay so eine pause naja ich habe meine geile knarre hier sind die höhen ich höre einen schon horn das war gegen mein gesicht geworfen laufen also auf der ersten baum der ist ein baum ja ich will mich die ganze zeit hier in den höhlen verschanzen so langweilig in einer stunde oder sind dann gefolgt diese schüssen ja ich stehe nicht unter sind noch 15 hat schaffen war macht ihr bessere waffen nicht gut ob man den ego-pensiv die wir spät noch zu diesem mode sind richtig gut war einer so sicher sind wir eigentlich auch nicht wenn man sich entscheiden würden hier reinzukommen dann ging auch probleme das war überhaupt mit der tasche zwei schläge und diesen weg ok jetzt noch ein schlag und ich bin weg jetzt doch gerne überleben wie wir die abziehen mit ihren blöden sperr aber ungefährlich für mich gott wie seid ihr alle wenn jemand wie so eine schleuder hier wirft ich habe ihn gesehen hat er überlebt wenn auch so waffen sehr gut hat er denn schon für du hast durch erst platziert aber als weit geht oh gott da ist makar war nobelnhelm der rechts daneben jetzt aber doch für mich geplant oder ja auch hier ja ich da aus mann hatte geschützt sich mit einer kommt ich wusste da würde jemand kommen um den töten zu wollen deswegen habe ich da gewartet haben gelohnt die kleinen verkleidung nicht so klug wie ich ich habe gehört in den höhlen sind sicher aber irgendwie geht ja doch schon viel ab weil da gerade jemand angst jetzt muss man allein rennen dahin hat noch mal jemand hier immer geht auch nein da kam einer habe ihn gesehen hat war gerade in der endphase haben schon erwartet wo sind also wir müssen sehen ja verdammter dreck bin schon also sind ja ich sehe nicht aber hatte alter hat wenn die gewinnen kriegen die noch mehr punkte oder was 18.000 punkte auch trinke ich jetzt mal ein schluck okay da müssen wir jetzt geschafft haben mit den tausend punkten mit denen sinken genau zehn deck jetzt muss ich noch 15 holen jetzt mal so eine sache bei mir schon wo du merkst da borden bleibt leid black leider singen die weise nicht so ein richtiger und kreativer name also black dragon oder irgendwie so war immer so in china haben wir so dass sie bieten an dem es da war ja ich habe ihn gesehen ja nicht ruhig auf den kurs draufballern können ich punkte krieg also erstens bräuchte waffe seid ihr alle ich habe es soweit von da die mich nein wenn die alle zu den dingen hin oder ein gehst wird auch gott in der höhe des hausend kasten nein nein ich krieg das gehen wir aus dem weg ich glaube wir wissen nicht wo sie ihn laufen irgendwie um kasten naja ich höre es doch wie 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 da ich will aufwarten mann ich will sowas mit sterben ja ja meine taschenlampe geht die ganze zeit auch ja stimmt doch wenn man hat ja so ein bieten irgendwie wenn irgendwie so dinge in der nähe ist jetzt hier noch raus hallo ich muss ja aus musste die waffe haben das schaffe ich doch nicht wir haben schon noch so ein bieten irgendwo ist was da ist irgendwo wo ist ja ok doch so ein bieten hat die panzer aus da hause und eine pause da ich habe jetzt meinen meine superwaffe jetzt können wir ruhig in den höhlen schildern gehen wenn er wollte weiner noch fünf minuten geil bei gehört wegen immer hier so eine chance ein bisschen zu überleben den die höhlen sind direkt da gut wo wo oh gott wer das als kill ich habe geholfen ja schon wieder gehört sind wir alle wieder oben und kann noch gar nicht darunter in die höhlen die machen wir eigentlich hier unten ich will da oben wenn er oder um das sicher 200 ap beim national kommt ob sich dann von weg genauso so ein bisschen so ich habe immer noch ich habe 150 ap wenn immer noch jemanden wegboxen was geht immer irgendjemand da oben kann sein jetzt ist irgendwie wache schieben hier was jetzt schießt ihr alle das war das was ich habe angst hilft mir blüder aber jetzt müssen wir alle rennen kommen rennen rennen wenn wir so viele sind dann könnte man vielleicht sogar schaffen schaut nicht zurück rennt einfach weiter aber nicht zurück er wird schon schaffen keine sorge das ist so mein standardspruch wenn ich im krieg wäre dabei nach schießt sich erschießt er schießt ihn der diesmal will ich überleben kommt da ist einer von uns eigentlich nicht gott das geschafft ich habe überlebt ich gehe 15 punkte dadurch schön einmal überlegen wenigstens ja dann werde ich mal eben glaube ich nicht sink 15.000 punkte das ganz schön viel erst mal trinken irgendwie dreifache punkte oder irgendwie sowas aufstieg aber immer noch nicht 12 noch morgen wenn ich nie im leben heute nur schaffen überlebt gut damit den kills wird wird noch eine weile dauern war mehr spieler echte wobei spieler danke kilometer okay gut 16 17 perfekt ich bin allein verdrecken das ist ein richtig guter start okay da war richtig schlechter start messen wir chillen jetzt hier aber ich kann jetzt nichts mehr töten da ist nichts mal weg box und was geht schieß mich nicht kann ich brauche ein bisschen heilung da wäre geil aber gibt es ja nicht näher das ich kann so einfach hier reingehen und irgendwas reinwerfen wenn ich so unmöglich natürlich kämpfe ich habe ich habe noch 100 hp ich freke mich angepustet werde jetzt soll ich auch gut nein das war johnny da schießen die dann sehr gut natürlich kämpfen wir haben angst wir haben panische angst natürlich kämpfen wir hier oben hallo das spannendste part wenn ich irgendwie drin sitzt und nichts macht ich brauche eigentlich ein paar kills ich zu weit raus springe auf dich runter hat es gerade bewegt glaube ich ich bin tot da sind nur eingekillt glaube ich das könnte jetzt eigentlich nur einer hier so unterstellen am besten trot es war jemand wuffdingen wieder gehört dann könntest du uns voll einfach töten eigentlich ich nicht müssen irgendwie zu 56 hier eingehen bekommt keiner mehr das war dann auch bei uns der schnell paranoid wenn es um solche sachen geht ich glaube ich werde der modus ein bisschen auf screen spielen einfach nur ein punkt des farben also kann ich wenigstens irgendwie punkte farm ohne irgendwie weiß ich meine charaktere zu lernen und so war eigentlich nicht schlecht sogar mache ich sogar genau das war nicht jetzt hier mache weil war ich das jota weihnacht zwei kommen wir rein verland er will auch nicht in den kämpfen oder was kommen hier hin der legt danke da gibt mir die ganzen kittes danke ich sehr groß wie von jedem erfolg hilft weil ich jetzt noch mal einen punkt vergleichen könnte er hat der aus ich glaube ich bin gleich tot ja ich bin die schade ich habe so viele punkte gehabt sagte ja irgendwie schon sagt also von gibt es irgendwie so ein begriff von starcraft glaube ich diese akkuas verdammt ich weiß nicht wie viel wenn ich noch mal aufgenommen habe ich glaube schon wieder zu viel ja wenn da habe ich gut irgendwie eliminierung bekommen nur weil ich hier ein bisschen auf screen punkte farmen sage ich mal weil es eigentlich eine gute methode irgendwie punkte zu kriegen ja zehn runden spiele immer so viele punkte kriege dann schon wieder ab hast du auch was